Irgendwo im Eis der Arktis, irgendwo am Ende der Welt, wächst ein blutiger Terror. Irgendwo auf einer Insel, die sich Bäreninsel nennt, lauert das Unbekannte. Es gab eine Explosion. Das war kein Unfall. Die Lawine wurde durch Menschenhand ausgelaufen. Glauben Sie wirklich, dass jemand versucht hat, sie zu töten? Irgendwo in der Stille der Arktis ruht ein Geheimnis, um dessen Willen Menschen bereit sind zu töten. Wie viele Menschen müssen noch sterben, Professor? Dr. Lindquist, Sie sprechen von Befehlen. Diese Befehle dürfen nicht missachtet werden. Ist das klar? Hören Sie mir zu! Wir gehen in den Funkraum und werden über alle Frequenzen Notrufe aussenden, bis sich jemand meldet. Wer auf die Funkstation betritt, der ist eher tot, als er drin ist. Alistair MacLean schrieb das Buch zu diesem erregenden, spannungsgeladenen Filmabenteuer. Ihre Nerven werden auf eine harte Probe gestellt. Hören Sie auf! Alle aufhören! Was eben passiert ist, ist kein Unfall gewesen. Jemand in diesem Raum versucht uns zu töten. Sie werden das Gebirge nie überwinden können. Wir haben keine Lebensmittel und keine Heizung. Und irgendjemand muss es ja tun. Donald Sutherland. Vanessa Redgrave. Richard Widmark. Christopher Lee. Barbara Parkins. Lloyd Bridges. Lawrence Dane. Nur einer bleibt Sieger. In dieser eisigen Hölle. Ein harmloser Name. Aber dahinter verbirgt sich der Tod. Die Bäreninsel. In der Hölle der Arktis. Untertitelung des ZDF, 2020